Das Diploma Supplement ist ein Transparenzinstrument des europäischen Hochschulraums. Es dient der standardisierten Darstellung der erreichten Lernergebnisse in einem Studienprogramm. Es dient auch dazu, individualisierte Lernergebnisse transparent und auf einen Blick darzustellen. Das Diploma Supplement ist verpflichtend auszustellen und es dient auch der Durchlässigkeit, indem es das Qualifikationsniveau des absolvierten Studiums darstellt. Das Diploma Supplement besteht aus acht standardisierten Kapiteln. Dabei sind Felder zu befüllen. Einige dieser Felder beziehen sich auf persönliche Daten der Absolventinnen und Absolventen des Studiums, also dazu gehört Name, Matrikelnummer, Geburtsdatum und so weiter. Andere Felder werden standardisiert mit vorgegebenen Texten aus dem Ministerium befüllt. Darüber hinaus gibt es einige wenige Felder, die wir individualisiert befüllen können. Das Feld 4.2 befüllen wir mit der Kurzfassung des Qualifikationsprofils für das betreffende Studium. Hier ist es wichtig darauf zu achten, dass das Qualifikationsprofil des Studiums mittels Lernergebnisse auf Studiengangsebene beschrieben wird. Diese sollen konkret und aussagekräftig sein. Darüber hinaus können wir hier Einzelheiten zu den Mindestanforderungen für den Erwerb des Studienabschlusses beschreiben. Zum Beispiel das Prüfungssystem, Berufspraktikum, Informationen zu den Abschlussprüfungen oder für wissenschaftliche Arbeiten. Hier können wir auch noch Angaben über die spezifischen Anforderungen des berufsbegleitenden Studiums falls zutreffend machen. Das Feld 4.3 dient der Beschreibung der individuellen Lernpfade im Studium. Dazu definieren wir Daten, die aus der FH-Datenbank in das Diploma-Supplement übertragen werden sollen. Hier sollten wir danach trachten, die Daten so zu definieren, dass sie einen guten Überblick bieten können, aber das Diploma-Supplement nicht überfrachten. Zu diesen individualisierten Lernpfaden und Daten zählen beispielsweise die Teilnahme an einem Wahlfach, also zum Beispiel bei uns an der FH St. Pölten am iLab. Aber darüber hinaus kann man auch noch Praktika oder bestimmte Abschlussarbeiten beschreiben. Die Qualitätssicherung des Diploma-Supplements erfolgt auf unterschiedlichen Ebenen. Einerseits gibt es im europäischen Hochschulraum regelmäßige Reviews, andererseits ist die Erstellung des Diploma-Supplements auch in das Genehmigungsverfahren an der FH eingebunden. Insbesondere bei Erstakkreditierungen müssen wir zum Akkreditierungsverfahren ein aktuelles Diploma-Supplement beilegen. Wichtig ist es auch, dass wir bei Änderungen in einem Curriculum das Diploma-Supplement regelmäßig umarbeiten und aktualisieren. Bei Fragen zum Befüllen des Diploma-Supplements steht das FH Service Hochschulentwicklung sehr gerne zur Verfügung.